Ja Leute, was geht? Mir geht's heute um ein kleines Video. Und zwar fragen viele in letzter Zeit, wie das mit dem Clan aussieht. Wie die Bewerbungsphase ist der ETC. Wir waren ja bis jetzt höchster Platz, glaube ich, Platz 2 mit 1680 Elos. Sind jetzt ziemlich abgesunken auf Platz 35. Werden aber auf Platz 20 wieder gehen, weil für ein CW werden wir noch das Elos zurückbekommen, weil der Spieler in der Runde gebannt worden ist für Hacking. Da kann ich euch hier einmal kurz Grünland wenden. Ja, dann werden wir dann auf Platz 20 sein. Sind auf jeden Fall ziemlich weit abgesunken, was wir natürlich auch wieder reinholen müssen. Das Ding ist jetzt nur, ich werde am 17. für eine Woche nicht da sein. Entsprechend oder allgemein werden noch zwei weitere Spammer für den Clan gesucht. Unten ist ein Bewerbungslink drin, dort könnt ihr euch bewerben. Aber bitte macht es nur, wenn ihr hauptsächlich Spammer seid. Sag jetzt nicht, okay, ich bin Rusher, aber zur Not könnte ich auch mal den Bauer nehmen. Schreibt sowas dann nicht rein, sondern nur wirklich, wenn ihr Hauptspammer seid. Also nur, wenn ihr wirklich viel Erfahrung habt damit. Also wenn ihr vielleicht schon in anderen Clans wart und dort viel CV-Erfahrung habt und dort auch Spammer wart. Deswegen schreibt bitte unbedingt in die Bewerbung erstmal eure Clans rein. Also alle eure Clans, die ihr bis jetzt in denen wart. Aber bitte wirklich nur die Clans, wo ihr auch Spammer drin wart. Weil sonst ergibt das überhaupt keinen Sinn, wenn ihr zum Beispiel in eine Clan reinschreibt, aber dort Rusher wart und jetzt Spammer suchen. Dann ergibt das überhaupt keinen Sinn. Deswegen schreibt bitte wirklich in die Bewerbung ausdrücklich rein, in welchen Clans ihr wart. Und nur, wenn ihr dort Spammer oder Allrounder wart. Gerade werden echt nur Spammer gesucht. Und wie gesagt, Leute, die Rusher sind, sozusagen nicht, ja, ich kann jetzt notfalls, könnte ich auch Spam, bewerbe ich mich mal. Bitte macht das nicht. Bewerbt euch wirklich nur, wenn ihr Hauptspammer seid. Das ist eigentlich das, was ich jetzt da mal so ansprechen wollte. Das haben ja ziemlich viele wegen dieser Bewerbungsphase gefragt. Das wird jetzt ordentlich für Spammer ausgelegt. Das bleibt auch so. Das war eigentlich das, was ich machen wollte. Und dann kann ich mich wieder verabschieden. Und das sollte jetzt eigentlich nur ein kleines Kurzfeed darüber sein. Oder jetzt auch schon länger als zwei Minuten. Dass jetzt die Bewerbungsphase in Resto wieder offen ist. Jedoch nur für zwei Spammer.